Welcome back to meetopia In der letzten Folge haben wir Venus gerettet und nun müssen wir noch die dritte Schwester retten Ja, und äh bevor wir das machen, futtern wir noch schnell fällt mir gerade auf Haben wir mal irgendwas zu futtern für euch? Ja, habt Cupra Nuggets für dich Ansonsten äh Habt ihr nicht probiert? Probiert mal Ganz nett, okay Das habt ihr schon probiert Das habt ihr noch nicht probiert Probier mal bitte Nicht so gut Schade Dann äh, brauche ich immer noch ganz viel Futter für die ganzen Freunde hier Machen wir weiter Und nun raus Da sind wir durch Und nun äh Können wir wahrscheinlich immer noch nicht lang, oder? Ich versuch mal ganz kurz Weil Isaac hat uns was gegeben Aber ich glaub nicht, dass das hier irgendwas Nee, hat nichts hiermit zu tun Okay Dann äh, geht's wohl hier lang Zum Finsterforst Unten lang Ich glaub, wenn wir alle gerettet haben Finsterforst Können wir dann durch das Tor weiter erkunden Und den Bösen Finsterforst Gomba HD auch suchen Ich mag das auch von GF Hat was Meine Güte, das ist düster hier Das ist ja total unheimlich Selbst wir Feen meiden diesen Ort Es treiben Finstere Mächtige Unwesen in diesem Wald Und deine Schwester ist ganz sicher hier? Ja, ich hab's auch Angst Aber wir müssen weiter Ich hoffe es geht dir gut Bubbles Ich werde Venus zeigen, was ich drauf habe Ja, Venus ist schon wieder sehr cute Wow Oh Ein Troll Das muss wohl die Hauptwache von Äh Komm mal, die höchstpersönlich sein Nee, jetzt mal no joke Das wird's wohl sein Er schickt sie hier in diesen Finsterwald rein? Er hat wohl wirklich Angst, dass wir durch das Tor kommen und ihn besuchen gehen Bäh, bäh, bäh Aber er kann uns niemals aufhalten Nicht uns Nicht Jetzt Niemals Keine Chance komme Wir kommen und holen dich Aber erstmal holen wir dir die dritte Schwester zurück Waldnüsse Sternchen Na ja Bist an die Gegner auftauchen, ne? Zwei Trolle Die Kriegs mit Zandwasser zu tun Bäh Die leben noch Bäh Bäh Pletzt dich bitte nicht Okay, die haben alle irgendwie Bogen nur Die ganzen Schwestern Vermutte mal, dass wir die dritte Schwester auch gar nicht mitnehmen Ich kann mir nicht vorstellen wie zu Wozu oder wieso Aber mal schauen Mal schauen Und das Ende Manchmal kann man das auf der Karte so ein bisschen merken, dass das Ende ist von einem Level Level Da Du war Cool Oh Das kam wirklich überraschend jetzt Wie man sich anschließen Venus hat wohl eine freundin mitgebracht Denn es ist niemand geringeres als Es ist Usagi Beziehungsweise Auf deutsch bunny Beziehungsweise In dem Namen Den Die meisten sie kennen Sailor moon Ja Sailor moon Für die, die es nicht wissen Ist Ziemlich Verträumt Bisschen meine waifu Bisschen eigentlich nicht so wirklich Ich mag ja einfach nur den Charakter sehr Und ich mag allgemein einfach Sailor moon sehr Ja Was wird sie sein Ja Sie will meine prinzessin sein Meine Prinzessin sereneti Genau Das wird sie sein Weiß nicht warum das hier blau ist Warum ist ihre liebungsarme blau hier Weiß nicht was normalerweise bei ihr so ist Aber Okay Ich bin nur Sagi und ich bin deine vertreibende Prinzessin Ja äh Bunny hat eine sehr Piepsige Nervige Junges Mädchen Stimme Und äh Ich werde sie bunny nennen Auch wenn da Usagi steht Überall außer In deutschland heißt sie Usagi Deshalb steht das hier oder so Aber ja Ich habe auch übrigens noch einen anderen Ähm Me gefunden für bunny Aber ich bin mir nicht sicher welchen ich von den beiden benutzen soll Ich habe mir gedacht ich nehme den hier Weiß nicht Hat er die Entscheidung Fifty-fifty Ich habe jetzt einfach den hier genommen Äh Mal gucken ob ich ihn dann einblende Sonst ist euch auch ziemlich egal Wir nehmen sie Das ist meine Prinzessin Nun haben wir bisher glaube ich Jede einzelne Klasse benutzt oder? Da ist sie Prinzessin bunny Bin ich die letzte? Ich heiße Usagi Ich stoße vielleicht etwas spät zum Team Aber zu spät bin ich generell nie Ehrlich Yay Jetzt hat sich uns angeschlossen Yay Endlich Wir sind nun zu viert Ach ist das toll Ja und zur Info Äh auch wenn das Ich weiß nicht was jetzt vorher Äh erklärlich genug war Aber ich kann es gerne nochmal erklären Ähm Ja Venus Ist natürlich auch von Zelda Moon Und äh ja Sie hat dann einfach Zelda Moon hier mitgebracht Hat ein bisschen mit dem Haus geredet Weil irgendwie hat der Haus Kontakt mit den Elfen Fragt mich nicht Ich weiß es nicht Ja Und jetzt ist sie bei uns Schön Ich finde sie sehr hübsch Bunny Wurde aber auch langsam Zeit Echt mal Tut mir leid Leute Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Wann werde ich so sein? Ich habe gewartet W-was? Ich habe die ganze Zeit hinter dem Gasthaus Und habe gewartet Oh Gewartet Und gewartet Es war so einsam Nicht da alles wird gut Ja passt ziemlich gut zu Bunny Siehste Heususe Jetzt haben wir dich ja gefunden Bunny Zum Wohl Finde schade Dass man manche Namen nicht ändern kann Oder kann man das vielleicht doch Ich probiere es mal gleich aus Darf ich erstmal hier rein Alle quatschen Oh Ein Geschenk hat Mike gekauft Überraschung Für dich Jeff Danke Ein Goldring Ehhhh Schick Oh nein, man hat's gesehen Oh, oh, Spaghetti Komm schon, du chillst doch mit Zahnpasta rum Ist doch jetzt hier nichts So, ich würde mich gerne mit Usagi ein bisschen unterhalten Du kannst währenddessen ein bisschen mit GF Du willst doch echt was haben Okay, da, hier sieht man schon Venus Ähm, stimmt, lass uns mal ganz kurz nachschauen Ob das funktioniert, wenn ich jetzt Team gehe zum Beispiel Keine Ahnung Team Usagi Ändern Name, kann ich den Namen ändern, geht das Oh Gott, oh Gott Nein, das ist cursed Schaut euch niemals mies an Unter den bearbeiteten Ich möchte sie Bunny nennen Es ist so cursed, dass sie Usagi heißt Nennen sie Bunny Fertig Hat das geklappt? Fugst du das? Yeah So gefällt mir das schon viel mehr Wunderschön, wunderbar Gut, Bunny soll sie nur leisten Jetzt kann sie gleich mal alles probieren Waldnüsse, Sternchen mit viel gesundem Fett und Öl Machen Nüsse länger satt Trollkringel Fettklebrig Mit künstlichen Aromen Dafür lieben Trolle sie Lass mich mal testen Ja Ja, die kannst du mal hier probieren Die Bratwitze Schmeckt dir? Boah, ich möchte, dass Bunny Am Ende sehr, sehr hübsch wird Unsere Prinzessin Muss sehr hübsch werden Bitte sag mir, du magst die Felsenschuki Nein Niemand mag die Wofür habe ich die? Niemand mag die Ach, come on, Spiel Das mag ich mich auch nicht Und das kann ich nicht mal mehr probieren Wisst ihr was? Ihr kriegt die jetzt einfach runter Schluckt die jetzt einfach runter Wer kann denn hier Abwehr gebrauchen? Du kannst definitiv die Abwehr gebrauchen, mein Freund Du isst jetzt einfach alle auf Ich muss nicht loswerden Niemand mag die Ich will die nicht mehr haben Es die einfach Es die einfach Ja Einkaufsbummel Komm, wir machen mal den süßen Einkaufsbummel zusammen Ich muss dir was sagen Langweilig Ich schlange ihr dort ist aber lang Wofür die wo alle anstehen Ich fag nach Was gab's das hier gratis Eine Banane Kein Wunder, dass hier Dieke ist Okay, interessant Ein MP-Bonbon Machen wir mit unserem neuen Teammitglied weiter Aha, wo führt denn das hier hin? Okay, wir haben zwei Wege Natürlich werde ich erstmal den Weg mit der Küste machen Ich gucke noch Elfenreich Ost Ja, da müssen wir hin Da ist der Komma hat den geflüchtet Da die ganzen Handlangen hier versteckt in den Finstern vorst Weil der weiß, dass er hier den Schlüssel versteckt hat Ja Leider kann ich die Kamera nicht bewegen Das mag ich irgendwie nicht Aber naja Dann gehen wir jetzt erstmal So, Truhe So, Truhe, Truhe, Truhe Auf geht's Freundschaft Yay Gegner Drei Trolle Kommt her Was das? Nein Ich beschütze sie Stimmt, ich habe gar nicht wirklich mit ihr gelevelt Oh, danke Ich muss eigentlich schon ein bisschen mehr Tickets mit ihr benutzen und leveln Ja Mach ich gleich nochmal Oder ganz nützlich Ganzen Trolle Hau ab Bam, bam, bam Lebt einfach immer noch Oh nein Sie ist jetzt schon down Ja, aber sie ist auch nur level 1 oder so glaube ich Kann das sein? Kriegt jetzt gar keine Erfahrungspunkte? Doch, kriegt sie Wow Und wie sieht das aus Irgendwie sieht gerade GF aus In diesem Licht wie so ein Emo Mit so schwarzen Arten Direkt 2 Tänzchen gelernt Bringen Gegner zum Tanzen Dadurch verlieren sie einen Zug Fächerwelle gelernt Schneider einen Gegner mit flinkem Heap in 2 Und Bonus Erfahrung Ja, wer die wohl bekommen wird Natürlich sie Gut Schön Eine Kiste Gold Das kann ich jetzt nämlich gut gebrochen momentan Einfach so fördern wäre nicht schlecht Riesenkiste Pünktchenkostüm Wahrscheinlich für Gürfeln Ja Sieht so weird aus Komm Wenn du es tragen möchtest, dann trage es halt Ich finde es weird Passt irgendwie nicht so Aber, oh, okay Fünf verschiedene Kostüme für Unheule Na dann Schönen Achievement sammeln Da sollen sie doch immer Ja gut Oh, sie will was Neues im Anziehen haben Seidenkleid Oh, ich kaufe dir alle Kleine in der Welt Ohne creepy zu wirken jetzt Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Sorry, feiere ich nicht so, aber die Werte nämlich trotzdem mit. Die können noch gut werden. So, äh, was für Tickets habe ich jetzt noch? Ja, komm. Ähm, spiele ich dir kurz vor. Und dann sollten wir noch genug Zeit haben, uns noch ein bisschen diesen Wald anzuschauen. Ob wir den fertig kriegen? Ich glaube eher nicht, aber wer weiß. Alles in Ordnung, Bunny? Das ist alles so ergreifend. Na dann. Das ist doch bloß die Werbung. Das passt halt wirklich perfekt zu Bunny. Also wirklich. So, Trainingsraum könnte was Neues passieren. Deshalb wollte ich das nicht wegschneiden, sondern drin lassen. Weil hier könnte noch was Interessantes passieren. Denn hier waren wir noch nicht so oft. Im Trainingsraum. Nein. Nein, noch nicht so oft. Zieh dir mal diese Schachtel rein. Boah, Muckis bis zum Abwinken. Total cool. Äh. Hm? Na, die Indische Welt ist verblüffend, was? Ähm, ich glaube, du verwechselst es verblüffend mit nicht vorhanden. Ich hoffe, das habe ich nicht laut gesagt. Na ja, Level 3. Freunde, cool. Tudum. Machen wir weiter. Kein Bock zu futtern. Bringt sowieso nicht so viel. Erst Level 4, wir sind alle Level 8. Girl, du musst leveln. Komm, das gehen wir auch noch hin. Hier geht's weiter. Auf zu einer Kiste und dann hoffentlich auf zum, äh... Weiß ich nicht. Zur Boss direkt? Doch es ist ja kurz hier. Ich weiß ja nicht, wie lange das geht. Keine Ahnung, du. Sag mal. Du verfolgst tatsächlich den Dunkelnfürsten, koma HD? So ist es. Du bist so tapfer. Äh, äh, äh. Warte, deine Mutter sollte ich mir ein Stückchen abschneiden. Das tust du doch bereits, oder nicht? Ich glaube, er ist es andersrum. Naja, egal. Noch ein Troll. Mein Gott. Lebt hier etwa, koma HD? Oder hat er je mal gelebt? Wie ist er überhaupt zum Dunkelnfürsten geworden? Das ist so eine Frage, die stelle ich mir. Vielleicht werden wir ganz im Endeffekt das besser ausfinden. Hoffentlich. Aber ich habe schon sehr stark die Vermutung, dass er hier irgendwie gelebt hat. Hier sind so viele Trolle. Er selber ist ja eigentlich ein Troll. Troll-er-Loll. Spielscheine, cool. Und Gegner. Ja. An jeder Kurve, mehr oder weniger. Gibt es immer Gegner. Uh. Was bist du denn für eine böse Banshee? Oh, oh. Wir haben schon lange keine Banshees mehr. Seit anfangs nicht mehr. Ha, wirklich. Aua. Ich will so sich wie ja Venus und Sailor Moon sind. Also Sailor Venus und Sailor Moon. Bam. Und. Bam. Au. Ne, dies. Neue Technik. Fächerwelle. Cool. Cool. Cool, 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 cool. Du, 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 du. Mal sehen, wie lange das anhält. Es wird dunkel. Oh, oh. Wir sollten eine Runde quatschen. Und dann. Was dann? Sie hörte eine Stimme. Sie flüsterte ihr ja in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich hab Angst. Sie krächste wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Und was dann? Wo ist mein Gesicht? Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten. Und nur ich und Young Mike haben sich verstanden dabei. Okay. Sie haben nicht mal im Zelt geschlafen. Warum überhaupt aufgestellt? Ist das nicht voll die Arbeit, so ein Zelt aufzustellen? Und dann schlafen ich mal drin. Wow. Wow, ich hab 30 HP-Bahn benutzt. Yay. Ja, es ist 20, 30. Cool, oder? Na, die benutzen die automatisch, ne? Um einen Charakter würde ich es halt tatsächlich nie benutzen. Panischer Fächer, cool. Löwenzahn habe ich nicht genug Geld für. Aber das kann ich mir noch leisten. Das ist sehr, sehr billig. Das hole ich gerne. Ja, gut. Buddy kommt ja auch mehr oder weniger aus Japan. Und deshalb passt das ziemlich gut. Ja, bringt das überhaupt was zu futtern? Probieren. Auch nichts. Komm, die müssen wir runterkriegen. Die isst du jetzt einfach alle. Esst sie, damit ich sie nicht mehr habe. Weil niemand mag sie. Und du wirst sie jetzt mögen. Ob dir das gefällt oder nicht. Esst sie. Egal. Ihr esst sie jetzt alle auf. Niemand mag das. Esst sie trotzdem. So, perfekt. So, die spare ich mir dann noch für gleich auf. Äh, ja, machen wir weiter. Deswegen ist die Pferdsachen, die haben ich keine Lust, um ehrlich zu sein. Da habe ich irgendwie keine Lust. Deshalb sparen wir uns einfach auf. Aha. Wie groß ist denn bitte dieser Wald? Das muss ja doch irgendwann aufhören. Vor allem, wie groß wird denn bitte die Elfen recht Ost? Meine Güte, ey. Das wird ziemlich lang dauern, glaube ich. Naja, machen wir erstmal hier die Kiste. Ganz fix. Das hat was echt niedlich. Schon. Würde ich unterschreiben. Ich meine, habe ich designed, ne? Oh, Riesenkiste. Bauernkleid. Für Bunny. Ganz ehrlich? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber nö, danke. Beeilung. Voll hinzustimmen. Oh no. So weit man sich doch nicht gegen, wenn man gegen Gegner kämpft. Oh mein Gott, was bist du? Eine Furie. Das ist, glaube ich, ein kleiner Miniboss, oder? Bam, bam, bam. Bam. Nur drei Dammit ist gar nichts. Zwölf ist auch nicht so viel. Na, 17. Schon ein bisschen besser. Warum so wenig Damage? Wow, One Hit. Der magst One Hit. Hey. Neue Technik. Tau des Lebens. Wach auf, Girlfriend. Moment. Wow. Wow. Bam, bam. Alter, der hat One Hit gemacht. Wie traurig sie gerade geguckt hat. Oh mein Gott. Wir müssen aufpassen. Definitiv. Was geht denn hier ab, Süßen? Oh oh. Nein, tu es nicht. Nein, kein Neuen Look. Nein, tu es nicht. Nein, tu es nicht. Nein. Oh Gott, nein. Stop it. Okay. Ihr wollt talking, dann beeindruckt euch mal. Talk mal ein bisschen schneller, ja. Zack. Yay. Level 6. Okay. Reicht das? Gut, weil ihr müsst euch noch ein bisschen... Ah, ist eigentlich nicht so wichtig, ne? Ist nicht so wichtig. Was wird es überhaupt? Oh, stimmt, wir sind Teddy. Ja, oder den Teddy. Yes. Kämpf mit dem Teddy. Für immer und ewig. Ich werde ihn niemals ändern. Du sollst jetzt für immer und ewig mit dem Teddy kämpfen. Yes. 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 Besticktes Kleid. Sieht nicht so schön aus. Aber ich kann mir das auch noch nicht leisten. Ja, okay, dann holt ihr das halt. Besticktes Kleid. Ah, irgendwie gefällt mir das nicht so. Egal, trage es einfach trotzdem. War die Blumen da unten, dieses Blumendesign ist zumindest ganz hübsch. Ach, futtern wir schnell, das ist weg. Du futterst hast jetzt, du brauchst ganz viel Abwehr, mein Freund. Du brauchst eigentlich auch Abwehr, ne? Bunny, du brauchst auch Abwehr. Ah, das macht dumm. Ah, das hast du noch gar nicht probiert. Oh, schön, dass dir das gefällt. Dann gewendet ihr doch das hier hoffentlich auch. Oh, mein Gott. Egal, jetzt haben wir unsere Essensvorräte endlich mal weggefressen. Und dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn wir uns dann diesen Weg hier anschauen. Und höchstwahrscheinlich die dritte Schwester retten. Die ist, glaube ich, direkt hier irgendwo um die Ecke. Ja, wir werden sie auf jeden Fall in der nächsten Folge retten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.